hallo und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender video heute das achte türchen des adventskalenders ja und das achte türchen haben wir hier also man sieht es fast kaum so groß ist das der kalender normalerweise ist der kalender bis hierhin jetzt muss ich ihn runter schieben dass man hier das türchen überhaupt sieht so da öffnen wir es mal mal schauen was für ein bier wir hier drin haben was ist denn das ja mein bier mein bier mein schatz mit türchen nummer 8 spitburger so jetzt schiebe ich das wieder richtig so ja was soll ich dazu sagen zum bitburger ich glaube das kennt jeder eigentlich fast was probieren bräuchte eigentlich nichts aber ich mache uns trotzdem und ich trinke jetzt auch leer heute ja so öffnen wir es mal ganz langsam weil ich es eben gerollt hatte geiles bitburger brust leute ach geil das ist bier als das kann ich echt trinken das werde ich gleich nach dem video leer trinken ja also türchen nummer 8 war super also das hätte ich lieber natürlich nummer 6 gehabt beim nikolaus da wäre ich sehr froh gewesen aber türchen nummer 8 wunderbar ja so morgen kommt türchen nummer 9 ich weiß wo ist es denn wo ist türchen nummer 9 ah ich sehe ich schon seht ihr es auch schon ups ja dann würde ich sagen noch einen schönen zweiten advent wünsche ich euch natürlich habe ich ganz vergessen wir haben es bald geschafft bis weihnachten naja sind noch knapp zwei wochen über zwei wochen aber wir kommen schnell heran ja dann würde ich euch sagen schönen sonntag euch und macht einen schönen tag zweiten advent würde ich sagen ciao kakao und bis morgen bis dann 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 bis Vielen Dank.